Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir mit dem Video starten, wollten wir uns erstmal bedanken für die zahlreichen Aufrufe aus dem Nichts. So viele Aufrufe auf die zwei Videos zu bekommen, einfach Wahnsinn. Danke euch dafür. In dem heutigen Video geht es um 5 Fakten über den Super Saiyajin. Wir haben uns da 5 Fakten rausgesucht, die wir ganz interessant fanden und vielleicht kennt ihr sie auch schon, vielleicht auch nicht. Aber dann, lasst uns einfach mal anfangen. Fakt Nummer 1 wäre der Multiplier des Super Saiyajin. Laut Daizenshu ist er 50 mal so stark wie die Normalform des Anwenders. Dort wurde ein Beispiel gegeben, Son Goku hatte auf Namek eine Kampfkraft von 3 Millionen. Und als er sich in einen Super Saiyajin verwandelte, war sie bei 150 Millionen. Als Fakt 2 haben wir die Pseudo-Super Saiyajin-Form, die im Film Super Saiyajin Son Goku auftaucht. Diese Form ist nämlich Toei Animations erstes Design, was einen Super Saiyajin betrifft. Also sozusagen so hat sich Toei Animation den Super Saiyajin vorgestellt, bevor Akira Toriyama überhaupt mit einem Design für den Super Saiyajin fertig war. Fakt 3 Im Original-Manga hatte der Super Saiyajin zuerst rote Augen. Das sieht man nämlich in den kolorierten Manga-Seiten, die so ursprünglich im Weekly Show & Jump Magazin veröffentlicht wurden. Später, zur Promotion für den Kula-Film, wurde er ebenfalls mit roten Augen dargestellt. Als sie den Super Saiyajin dann jedoch animierten, hatte sich Akira Toriyama wohl umentschieden und gab dem Super Saiyajin doch die grünen-blauen Augen, die wir heute kennen. Später wurde dann auch in jedem weiteren Artwork, zum Beispiel von Toriyama, der Super Saiyajin auch wieder nur mit grünen-blauen Augen gezeigt. Fakt 4 Falls ihr euch gewundert habt, warum Son Goku im Super Saiyajin niemals die Kaioken einsetzt, ist, dass er selber gesagt hat, wenn er die Kaioken im Super Saiyajin einsetzen würde, wäre das eine große Belastung für den Körper, dass er wahrscheinlich sofort sterben würde. Weswegen wir auch in der Otherworld-Tournament-Saga Son Goku das erste Mal den Super Saiyajin mit der Kaioken kombinieren sehen, weil er dort ja schon tot ist. Und das heißt, die negativen Effekte der Kaioken mit Super Saiyajin würden ihn dort nicht mehr beeinträchtigen. Fakt Nummer 5 und das ist der letzte Fakt zum Super Saiyajin. Und zwar, falls ihr euch gefragt habt, warum der Super Saiyajin so helle, goldene, blonde Haare hat, wie auch immer, ist es ganz einfach, weil Akira Toriyama und seine Gehilfen, als sie den Manga zeichneten, die schwarzen Haare von Son Goku nicht ständig ausmalen wollten. Das heißt, sie wollten Zeit sparen und so ging es einfacher. Das ist der einzige Grund, warum der Super Saiyajin so aussieht, wie er aussieht. So, das war es dann auch mit den 5 Fakten zum Super Saiyajin. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Es werden auch weitere Videos in dem Format folgen. Also abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und wie immer, wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im jetzt Video. Bis zum nächsten Mal.